guten morgen liebe zuschauer zum trading tipp des tages wir schauen heute auf einen großen us konzern der gestern an der wall street zu den größten gewinnern im dow jones gehört und zwar ist das microsoft das unternehmen hat am wochenende seine neue digital brille vorgestellt hat auch eine kooperation jetzt mit sap eine neue geschlossen und das ganze scheint ja den kurs zu beflügeln wir sehen hier dass die aktie die 200 tage linie erst mal getestet mehrfach getestet hat und jetzt diesen widerstand bei 108 dollar eben knackte und jetzt dabei ist hier auf den widerstand bei 112 dollar 50 zuzulaufen ja und man sieht bis zum allzeithoch bei 116 dollar ist dann auch nicht mehr weiter sind gerade mal dreieinhalb prozent und wenn wir darüber hinausgehen dann sollte sich der jahr langfristige aufwärtstrend den wir beim microsoft 10 fortsetzen wie gesagt aus technischer sicht steht die aktie von einem neuen kaufsignal deswegen unsere empfehlung heute ein faktor zertifikat ein faktor long mit mf1 h h 8 32 50 koste scheinen bei einem faktor von 3 112 dollar stehen wir jetzt ich sag mal 125 bis 130 dollar sind bis mitte des jahres im bereich des möglichen und entsprechend könnte dann der schein auf 43 bis 47 euro durchaus steigen den stoppkurs den setzen wir relativ eng bei 29 euro also rund zehn prozent unter dem aktuellen kurs das war es von meiner seite ich hoffe wir sehen uns morgen wieder an gleicher stelle tschüss bis dahin